es gibt nichts zu berichten willkommen bei einer weiteren folge dringage inquisition okay was habe ich jetzt eigentlich gefunden wird ziemlich rote lyrium vorkommen aha 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 kommen wir wieder hoch hat jemand level ab ich habe hier was neues können nicht das gleiches gilt wir müssen wird umso effektiver die länge du die fähigkeit aufrecht erhältst aus den durch schilder schlag standen riss brechen flammen hervor die jeden gegner schaden zu finden den weg wert knaufschlag ist schneller und verursacht ihren schaden okay anwenden passt kassandra soll erlaubt nein 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 hier vorne ist eine mission dass das paragon schimmer aber bräuchte ein paar davon steht ein mensch oder so da ist noch mehr noch 10 jetzt habe ich 8 sehr schön aufgabe erfüllt ach so dass sein schädel nehmen wir uns mal um nicht schlechten schöneres das zweiter ist der dritte da muss ja wo ihr seid hallo Aber schon ein Dreck ist ja aber Toll finde ich das jetzt echt nicht ich habe nicht so da oben haben die wochen versteckt schweine das sieht aber hier ein bisschen geil aus in der wüste da ist doch der weg gefallen mir die bieten haben sie es die müde gegeben so les brauche dich warum hier eine brücke das hier war flott nein 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 gott dann in die scherbe mit lasst du ritt ich habe zwei reine die resta vorne das ist wieder eine mission eric Ich hasse die Schatten. BAM! Komm! Ich weiß nicht, alle fehlen wieder. Geil! Das war geil. Das stärke ich noch schnell. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Come on! Come on! sehr gut die schweine der weg gemäht zerbombt habe ich die alter was brilten das so krass die drache irgendwie die haben hier drachen gesehen stein feuer sense aus 16 blutsteine ich weiß gar nicht gut sind aber 16 ist eine hohe zahl gefunden scherben auch so dass eine scherbe kaum hat man hier auf danke echt hilfreich dass ihn aus dafür gehen da bitte die hähne da ist eine mission bei der brücke da scheiße ich verliere leben und dort schon durch das gewusst hätte als die sehenswürdigkeit tor von tors nicht diese tür kann mit einem besonderlichen lismus geöffnet werden und er ist wahrscheinlich auf dieser seite komm hier hähne 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 das war alles zu wenig ich für jeden stein keine gefahr da ich weiß leider auch nur dahin das schöner splitter erlaubt nur weg wie ich hinaufklettern alles mitnehmen alles ist feinde aber plötzlich feinde es ist keine sie machen schuss was willst du tun kommt jetzt hier hoch jetzt die kampf verlassen kommt hier kann da kommt die gambler den kampf verlassen wenn sie ansetzen verstehe ich nicht diese wunde gegen weiß gerade was es war nur zwei das war easy haben wir die aufgabe forschungsvorräte aufzeichnungen instrumenten die aus augenscheinlich der schulen der drachen paket beschriftung eigentum von frederick von sauer laut und die visit von der lesforschungslager der zahres pass kommst du hin wo kommst du her gekritzelten metiz der räuber karawan mit flüchtlingen haben sie von der straße gedrängt damit wir außerhalb des sichtfelds der kaiserlichen soldaten kassieren konnten die hälfte ist tot aber ihr könnt die verwunderten abholen ich will gar keine ab hier was vergiftet halt auf auch nicht so am ist hatte wieder hoch ich will nicht vergiftet sein aber ich kann bock das gefällt mir schon nicht wenn die gegner vergiften können schon mal ein dicker minuspunkt für die gegner kamerick mir nach du alter lust mulch wolf statue aus holz topaz hier oben ist nichts okay wenn ich ein fahrscheinlich ein fahrscheinlich ein bisschen ja da unten ist ein todeswurzel muss ich gleich holen eine ganze paragon schon mal hier einsammelt auch gott da ist die todeswurzel gehe ich erst dahin oder gehe erst in die höhle die höhle stimmt schon gefährlich ich werde jetzt ein gift spendern vergessene mine berg du musst vor das ist dahin bist du eine spinne das ist das ghoulbart das ist eine spinne ach gott das ist eine spinne okay komm her und hopp und hopp und 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 das 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 wer stimmt zupast notiz von einem templar benedikt brecht die zelt ab alle pläne für die mine in den westgraden sind geplatzt die inquisition ist in eine richtung unterwegs verschadet alle leichen und begibt euch nach empressen zu lieben warum platzt immer alles warum weil wir wissen überhaupt dass ich komme das nicht kaputt machen wenn dann kommandantenschild des templar komm ich da hoch da muss ich doch irgendwie hochkommen oder die gute alte kletterart komm ich bin jetzt wieder her va im google bad ja man schon mal was habe ich hier verbessert ist wieder stopp des blitzes verstärkter langbogen 77 gold wer jetzt am ende rausgekommen raus da geht es von der mine in die mine was würde ich hier kollege trage junge schuppen das wurzel mission mission forschungsvorräte hier draußen sollte außer grauen wächtern niemand sein irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht kommen wir gleich in die mine daneben er war stimmt hier nicht dass das ist mir auch schon aufgefallen wie hat das getan das ist zweck ich meine solis wer der schlankt wird mosaik teilnehmen notiz lesen ein gegrittelte notiz luis es will dass die templar alles bekommen was sie wollen ohne fragen also stellt keine sie wollen flüchtlinge und reisende und wir besorgen sie marius killout stachel rücken leder macht das alles kaputt barm das treu alles vernichten kai dester stern ja er ist nicht der wie ich weiß nicht so schön es gibt was machen die hier überhaupt das ist übel was ist kaputt gemacht das kabel hängt jetzt in der luft und schau mal die marie hier das tischen sachen über den ja 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 dann gehen wir mal wieder raus das neue schlau geworden aber ok sieht aus als wenn die eben mit dem roten lüten was mit den leuten machen wollen scheint so komischen dämonen machen das neue weg von ihr da ist auch eine scheiße ich werde umzingelt Used das heizwerk runter klopft ok da vorne muss auch noch einer sein da 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 ja zum johol und du hoffentlich treffe ich den auch ja die wollen nur leben da komme ich dann ist vorbei gibt erst noch eine mission da ist noch eine mine untersuchen was das alte weg markierung der kirche die kirche benutzt die symbole vor langer zeit um den weg zu geheimen orten zu markieren von passanten werden sie häufig irrtum nicht für simple schnitzereien in felsen und bäumen gehalten ich weiß zufällig ganz zufällig weiß ich das was symbol zu bedeuten hat und so alles bei sprich das ist das steinbruch gefunden kann ich doch rein gehen ja was zu lesen und das war's unsere herren in ander fels was gibt es da noch schönes zu entdecken für mich von dessen weg da hinten ist und totenschädel da hinten ist sowas wie eine stadt oder ein dorf oder so ist ein todes muss natürlich fast vorbei gelaufen wäre hier ist eine sehenswürdigkeit aber die ist wahrscheinlich irgendwie unter mir oder über mir da ist ein drache was machen was machen sachen ich will mich mit denen ich prügeln darauf bin ich nicht so scharf gerade ehrlich gesagt ich habe jetzt nicht getroffen oder was wen soll ich töten ok habe sie alle getötet jeder hier war ein hoher drache das ist echt scheiße das habe ich angst darüber zu gehen hoffen wir mal ich kann schneller rennen als er fliegen oder auch wer fliegt mir hinterher hat das was habe ich hier gefunden paradies 11 wurzeln noch mehr 11 wurzeln noch eine muss ich da hoch auf dem berg oder es ist in der höhle das sieht hat da ist eine holzschlag position ich glaube wenn ich diese holzschlag position nehmen kann ich dann hier ressourcen sammeln vom kriegsrad aus du komm 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 das sieht nach hinauf klettern aus schwemmbach der hohe drache ist irgendwie nicht mehr da ach bitte was zu lesen ernst da waren hinweis klemm wenn ihr noch einmal in der mine trinkt seid ihr gefeuert du hast ja die schweine unter mir ist ja meine mine glaube ich natürlichen weg also normal gelaufen wäre und nicht diesen weg das ein bisschen schlau geworden aber ich habe mein leben verloren gott sei dank so ich werde hier mal die folge der nächste folge gehen wir da in die mine ich habe ich halt wieder ein bis dahin tschau